So, ich mache jetzt diesmal so ein Video und zwar will ich dann erst mal sagen, warum bekomme ich so viele Dislikes auf den Fakts für Spargo Phönix Video. Das betrifft eigentlich meistens nur meine Fakts für Spargo Phönix Videos. Mein erstes Video vom 20. September hat 54 Aufrufe und auch einen Daumen nach unten. Mein zweites Video hier ist 4. September, sie hat fünf Daumen nach unten. Wir haben auch gestern zwei weitere Daumen nach unten bekommen. Das ist das dritte Video, da ist keine Bewertung drauf. Das ist schon mal neutral, sag ich mal, das dritte Video. Jede Video hat einen Daumen runter. Ich weiß auch nicht, was bei mir los ist. Ich glaube sonst völlig ernsthaft mal auf. Oder ich sperre die Videos von den Bewertungen. Ich nehme sonst die Bewertungen weg. Hier ist auch ein Daumen hoch und jetzt sind es halt zwei Daumen nach oben auch. Das war jetzt das fünfte, sechste Video. Und jetzt... Da sind drei Daumen nach unten. Das habe ich auch erst gestern hoch beladen. Damit stelle ich wieder so bewusst auf Creative Commons, damit ich andere Video einfach teilen und damit ich sowieso bekannter werde, stelle ich als bewusst auf Creative Commons. Und das letzte Video hat drei Daumen nach unten. Also es hat vier Aufrufe, einen Daumen hoch, drei Daumen runter. Wie geht das, dass bei drei Aufrufe, einen Daumen hoch und drei Null gewollt Daumen runter sind? Dann schreibe ich das mal hier hin. Bearbeiten. Gehe. Hat ich mich vertippt hier. Dann schreibe ich hier gewollt. Wie geht das, dass bei drei Aufrufe, das habe ich ja gesehen, da waren drei Aufrufe und dann vier Daumenbewertungen. Einen Daumen hoch und drei runter. Und dann werde ich mal sagen, warum kriege ich diese vielen Dislikes? Könnt ihr es mir bitte erklären? Sonst höre ich nämlich ernsthaft auf, das zu machen mit dem Fakt ist, warte Phoenix. Also ich würde sonst die Bewertungen sperren, wenn das nochmal kommt. Und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Nicht disliken, bitte teilen und gerne auch abonnieren.